Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Halleluja. So, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Halleluja. Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Es geht um Joshua Maschia. Er ist der Weg, das Leben und er ist die Wahrheit. Halleluja. Amen. So, die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch freimachen. Amen. So, wir hatten letztes Mal ein Thema. Das Thema war, Joshua Maschia ist mir genug. Halleluja. So, und ich möchte in diese Richtung noch gehen, weil wir, unsere Seite heißt, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Das ist nicht nur die Seite, aber das ist die Botschaft. Die Botschaft heißt also, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment, danke für dein Wort und ich preise deinen Namen, Joshua Maschia. Bitte sprich zu uns und führe uns, leite uns, Joshua Maschia. Halleluja. Fülle uns auch mit deiner Liebe. Im Namen Joshua Maschia. Amen. So, also, ich habe bestimmt schon mal bemerkt, dass auf unserer, ich gehe mal also auf unserer Internetseite, dass, so, auf unserer Internetseite, wir haben ein bisschen, wir erklären ein bisschen, also wer wir sind. Steht also da bei, über uns. Da steht also über uns, wir sind nicht die Tür zu einer Religion oder bestimmter Konfession. Halleluja. Also, wir sind keine Konfession. Es gibt, es ist keine Konfession, bestimmte Konfession, wie man, also überall, also, also es gibt ja so viele Gemeinden, viele Konfessionen und so weiter, Baptisten, Katholiken, Protestanten, Pfingstgemeinde und, 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 und. Warum? Weil, ähm, sowas findet man überhaupt nicht. Also, in dem Wort des Herrn. Im Wort des Herrn steht bloß Christen. Menschen, die an Joshua Maschia glauben, die ihm folgen. Und, ähm, wir wollen uns von diesen ganzen, diesen verschiedenen Namen, diese verschiedenen, äh, sogenannten Konfessionen, ähm, ähm, äh, wie sagt man das, also, entfernen oder distanzieren einfach, weil wir, weil die Botschaft, äh, zurück zum Wort heißt. Und, zurück zum Wort heißt einfach, zurück zu Joshua Maschia. Und, zurück zum Wort ist keine Denomination, keine Konfession, das ist einfach, das ist diese, die Botschaft, zurück zu Joshua Maschia. Keine bestimmte Gruppe, es ist einfach das Evangelium. Die Welt, wenn wir die Welt, also, heute sehen, ähm, die ganze Welt, also, ist in Dunkelheit. Die ganze Welt will nicht, also, von Joshua Maschia, von der Wahrheit erfahren. Und Joshua selber, als er, also, auf diese Erde kam, die Bibel sagt, also, das Licht ist gekommen. Und die Bibel sagt auch, dass wir, die Menschen, die an Joshua Maschia glauben, wir sind auch das Licht. Wir bringen diese Botschaft. Er sagte, das Reich des Herrn ist gekommen. Das Reich des Herrn ist da, weil er da war. Halleluja. Er, Joshua Maschia, ist der einzige Weg. Wir sollen Joshua Maschia folgen. Keine religiöse, keine bestimmte Konfession, keine Gruppe und, und, und. Und deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Also, bitte, denkt nicht, äh, sagt nicht, also, das ist ja so eine, äh, wie eine Sekte, eine Gruppe oder eine, äh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Wir sind Christen. Das möchte ich nochmal, nochmal sagen. Christen. Was sind die Christen? Woher kommen also diese Begriffe, also Christen? Christen sind Menschen, die Joshua Maschia folgen. Halleluja. Halleluja. Also, deswegen müssen wir also aufpassen, also mit diesen ganzen Gruppen und, und, und. Ich könnte, äh, nehmen wir mal also das, das, das Wort Joshua Maschia. Nehmen wir mal also die Bibel. Schauen wir mal also in der Bibel. Sogar, äh, Paulus, sogar die, die, die ersten Christen, die ersten Christen hatten schon, hatten schon geschrien, laut geschrien. Hey, hallo Leute, es dürfen sowas nicht unter uns passieren. Diese ganzen Spaltungen und so weiter. Haben wir verschiedene, Herr? Hm? Lesen wir, lesen wir alle. Bevor die Leute wieder sagen, äh, äh, der Bruder William hier erzählt also irgendwas. Nehmen wir die Bibel also in 1. Korinther. Ich, 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 ich möchte also immer mit, äh, mit dem Wort direkt, ähm, die Sachen klären. Damit, damit wir einfach nicht denken, ja, das sind also, äh, die Wörter von, äh, von Bruder William, also in, äh, in 1. Korinther Kapitel, Kapitel 1. Ich muss also wissen, äh, Korinther war, äh, äh, eine Stadt, äh, eine Stadt in Griechenland. Und Paulus hat also einen Brief, äh, an die Gemeinde, also die Christen in der Stadt Korinther geschickt. Und hier steht das ganz klar, also hier lesen wir. Hier, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und so stand der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Also Korinth, eine Stadt, und er hat das also an die, die Gemeinde in Korinth geschickt, also die Leute, die in Korinth leben, die Korinther. Die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufene Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen, als auch bei uns. Halleluja. Also diesen Brief, die meisten Briefe wurden an Leute in einer bestimmten Stadt, Philippa, ähm, äh, Korinth, Korinth, also, äh, äh, und er hat also an diese Leute geschrieben. Er sagte, äh, er hat das an die, äh, äh, es gab keine Namen, keine Pfingsten, keine Katholiken, keine Baptisten, keine Dingsbunds, nein, 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 die Christen, die Heiligen, die, die Heiligen. So hießen also sogar die Christen unter sich. Oh, Joshua, Maschia. Joshua, Maschia. Also, und er schreibt, wir können also weiterlesen, hm? Dann schreibt er, also, warum hat er also diesen Brief geschrieben? Weil, ähm, die Gemeinde, die Geschwister hatten bestimmte Fragen und er hatte bestimmte Sachen gehört und, und, und. Lesen wir mal, also in, also in Vers, ähm, also Vers, ja, weiter einfach, einfach weiter. Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euren Wegen für die Gnade Gottes, die, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in alle Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Vers 7. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unser Herrn, unser, unserem Herrn. Also, es geht, es geht darum. Er sagte, diese Gemeinde hatte Gabe bekommen, Sachen von dem Herrn bekommen, das alles für die Gemeinschaft mit dem Sohn, mit Joshua, Maschia. Die Gemeinde, Joshua, Maschia, hat mit Joshua zu tun, mit Jesus Christus zu tun. Halleluja. Diese Gemeinde war in Korinth. Und dort gab es keine verschiedenen Namen oder sowas. Man nannte vielleicht also die Gemeinde in der Straße, bla bla bla, Gemeinde, Straße, so. Aber die nannten sich also alle Christen. Halleluja. Und jetzt kommen also die Ermittlungen. Also Vers 10. Ich ermeine euch, aber ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid, in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zu lassen, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Also, eins sein. Eins, also in der Gesinnung. Also Vers 11. Mir, also mir ist nämlich meine Brüder, durch die Leute der Chloé bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sinkt. Also er hatte von den Leuten von Chloé gehört, dass die Gemeinde dort in der Gemeinde von Korinth, die Korinther also Probleme dort haben, Streit, die streiten sich und und und. Aber was war der Grund also dieser Streit? Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, also es wird gesagt, die Leute sagen, ich gehöre zu Paulus, ich habe zu Paulus, äh, zu Apollos, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, also Petrus, ich aber zu Christus. Liebe Geschwister, könnt ihr euch mal vorstellen, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, die sogenannten Christen, hatten angefangen, Konfessionen, Denominationen, aufzubauen. Das war nicht mal der Plan von unserem Herr. Die durch diese Streiterei, die haben sich gestritten und und und. und plötzlich gab es Leute, die sich also für bestimmte Personen, bestimmte Personen, die haben sich also für bestimmte Personen bekennen. Ich bekenne mich also für, nee, also ich bin auf der Seite von Paulus, ich bin auf der Seite von Apollos, ich bin von Petrus, und dann gab es einige, die sagten, nee, ich bin für Christus. Die haben sogar, Joshua, Maschia, mit, mit dem Apostel gleichgestellt. Könnt ihr euch also vorstellen? Oh nein. Aber was sagt, was sagt, was sagt die Frau Paulus? Was sagt der? Wir sind gerade in Vers 12. Ich rede aber davon, ich habe gehört, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist das nicht so, was wir heute sehen? Du triffst also jemanden, ah, ich bin ein Christ, ah, ich bin ein Christ, ja, hallo, ah, du bist ein Christ. Und die nächste Frage, die alle, alle, alle nächste Frage, ah, welche Gemeinde, auf welcher Gemeinde bist du? Oh nein, ich bin ein Baptiste, oh nein, ich bin ein, so, ich bin ein Mennonite, oder ah, nein, 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 der andere sagt, nee, ich bin orthodox, oh nein, 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 ich bin Methodist. Und meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern, wenn wir diese ganzen Konfektionen, Denominationen untersuchen, was sie genau bedeuten, wir werden sehen, dass jeder von, alle von diesen verschiedenen Konfektionen, verschiedenen Denominationen, immer ein bestimmter Mensch im Mittelpunkt hatten. Immer. Es hatte immer mit irgendjemandem angefangen. Irgendjemand hatte das Wort des Herrn anders verstanden, gedreht, für sich genommen, so verstanden, wie er das also meinte. und dann haben sich Leute auch, ja, ich bekenne mich also für den da, ich bekenne mich also für, für, für den, für den, für den. Oh, Wahnsinn. Oh, Joshua, dein Wort. Zurück zum Wort. Ich weiß, es ist schwer für viele Leute, die sind da drin geboren, die haben nur davon gehört. Deswegen muss man die Gemeinde, die christliche Gemeinde, heute noch reformieren. Es braucht eine Reformation. Heute die Protestanten, die Orthodoxen, die Katholiken, die Lutherianen, die, 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 was, was, was gibt's noch? Die, die, äh, die Pfingst, die Pfingstgemeinde, die, die Anglikanen, die, die Baptisten, Methodisten, Ma, 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 Ach, Herr, so viele Namen, die Zeugen Jehova, alle, alle sagen, die sind Christen. Was bedeutet überhaupt diese christliche Gemeinde? Schauen wir mal, was christliche Denomination bedeutet. So, ich bin jetzt in Google. Christliche Denomination. Mit dem Begriff Denomination wird im weitesten Sinn vergleichbar mit dem im deutschsprachigen Raum gängigen Begriff Konfession, also Denomination ist genauso wie Konfession, eine unter einem eigenen Namen auftretenden Glaubensgemeinschaft mit eigener Tradition und Prägung. Wow! Wow! Das heißt also, diese Konfessionen, diese Untergruppen, diese sogenannten Untergruppen in der christlichen Gemeinde, haben jeder seine Tradition, seine Prägung, seine Art und Weise, wie er Sachen sieht und wie er Sachen tut. Und dann nehmen wir uns also alle Christen unter diese verschiedenen Gruppen. Aber was sagt Paul? Was sagt die Bibel überhaupt? Was sagt Paulus weiter? Also Vers 13. Er sagt, ist Christus denn zerteilt? Ich habe das nicht geschrieben, liebe Geschwister. Es steht in der Bibel. Ist Christus denn zerteilt? Und dann geht er weiter. Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Wow! 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 Es ist wie, ist Paulus überhaupt für euch gestorben? Ist Paulus überhaupt für, für, für... Nein! So viele Konfessionen, so viele Gruppen, so viele... Jeder, wir die Menschen, wir suchen immer irgendwelchen Gurus. Wir suchen immer irgendwelche Leute, die uns, wie sagt man das, die uns das so unterdrücken werden. Lass euch nicht verführen! Lass euch nicht verführen! Deswegen sage ich also, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Wenn die Leute mich also auf der Straße fragen, ja, äh, äh, ja, du, du, bist du ein Christ? Ich sage, ja, ich bin ein Christ. Aber, okay, welche Konfession bist du? Nein, ich bin Christ. Ja, aber, okay, okay, äh, welche, welche Gemeinde gehst du, ja? Die Gemeinde von Joshua Maschia. Ja, okay, aber, äh, wer ist dein Pastor? Weil, das ist auch die Frage. Wer ist dein Pastor? Immer steht jemand dahinter. Wem folgst du? Aber ich folge Joshua Maschia. Nein, das reicht nicht. Ja, okay, äh, welche Gruppen zu gehören, welche Gruppen gehörst du? Ich gehöre zu der Gruppe Joshua Maschia, die Christen. Ja, das reicht nicht. Ja, aber ist doch so. Das Wort sagt es so. Wir folgen nicht das Wort von, von irgendwelchen Menschen auf dieser Erde. Wir folgen das Wort von Joshua Maschia. Wir folgen nur Joshua Maschia. Deswegen hatte ich also letztes Mal gesagt, dein Wort genügt mir. Dein Wort. Aber es reicht nicht. Die Menschen wollen mehr. Die Menschen wollen irgendwas anderes suchen. Ja? Oh, Herr. Paulus sagte sogar, wir können also im Vers, im Kapitel, das kommt also wieder. Kapitel, Kapitel, Kapitel 3, Kapitel 3, ab Vers 3, sagte, 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 oder ich lese ab Vers 1 wieder. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn, Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietrakt unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandert nach Menschenweise? Das ist der Grund, der Grund, warum. Und ich, lieber, ich lese weiter. Ich lese einfach weiter. Ich lese einfach weiter. Und Vers 4, denn, wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ist zu Apollos, seid ihr dann nicht fleischlich? Oh, Joshua. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Er fragte erstmal, ist unser Herr zerteilt? Ist Christus zerteilt? Aber warum? Wieso gibt es überhaupt diese ganzen Spaltungen? Wieso gibt es da so überhaupt? Das ist einfach, weil wir menschenweise denken. Fleischlich. Und das ist der Grund. Wenn wir sagen, ich gehöre zu dem da, ich gehöre zu diesem Mann, ich folge diesem Kerl, ich folge diesem Bischof, ich folge so. Sind diese Bischöpfe, diese Priester, diese Pastoren überhaupt für uns gestorben? Liebe Schwester, sind sie überhaupt für uns gestorben? Leute, Menschen sind also zu Johannes der Taufe gekommen. Sag uns, bist du der Messias? Sag uns, bist du der Messias? Er sagte, nein, ich bin nicht der Messias. Folg mir nicht. Ihr müsst also dem Messias folgen. Und als er Joshua gesehen hatte, hat Jesus gesehen und dann sagte er, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes. Geh und folg ihm. Ich muss kleiner werden und er größer. Halleluja. Wir müssen Joshua, Maschia folgen. Nicht die Traditionen von unserer sogenannten Konfessionen. Nicht diese ganze Gruppe, Denomination und so weiter. Nein. Wir folgen Joshua, Maschia, Jesus Christus. Der einzige Herr. Joshua sagte sogar selber in Lukas Kapitel 6. Er sagt, hallo, ihr nennt mich Herr. Warum sagt ihr immer Herr, Herr und ihr tut nicht, was ich sage? Ich habe doch gesagt, ich bin der einzige Weg. Wieso bringt ihr, wieso folgt ihr blödlich Maria? Ihr folgt jetzt Maria, ihr bittet Maria an, ihr bittet also der heilige Petrus, ihr bittet also der heilige Paulus, der heilige. Was soll denn das? Ich bin dort der einzige Weg. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Paulus selber sagte sogar, er ist, also, würdet ihr im Namen, in meinem Namen getauft? Wow. Wieso? Der Name Joshua, Maschia reicht nicht mehr. Wir suchen Gruppen, diese verschiedenen Traditionen, Gruppen da. Oh, Baptiste, Pfingsten, Methodisten, Anglikaner, egal wie diese ganzen Gemeinden, diese ganzen Konfektionen entstanden sind. Und hinter diesen Konfektionen gab es immer Menschen. Menschen, die die Leute blödlich gefolgt haben. Ja, ist das so? Ist das so? Die Methodisten, die Methodisten, das war John Wesley. John Wesley kam und hat da so was gepredigt und die Leute, wow, 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 und haben angefangen, John Wesley zu folgen. Ja. Aber, ich sage nicht, dass er falsch war. Nein. Aber Paulus war auch nicht falsch. Paulus hatte die Wahrheit auch gepredigt. Aber Paulus hat ganz klar gesagt, stopp damit zu sagen, dass ihr zu Paulus seid oder zu Apollos seid. Hör auf damit. Oder zu Petrus. Nein. Noch viele. Es gibt also die Baptisten. Die Baptisten, das war heute, wie heißt er heute, John Smith. Jetzt, John Smith, auch angefangen, hinter ihm, die Leute, wow, wow, wow. Er hat also das gepredigt, die Taufe und die haben mehr, mehr über die Taufe. Und dann plötzlich kam also diese Bewegung. Ja, Baptisten. Mehr. Die Mormonen, die Zeugen Jehova. Alles. Immer Menschen dahinter, die anderen Menschen vertraut haben. Und dann haben sie gefolgt. Statt Joshua Maschia zu folgen. Die Traditionen von diesen Menschen. Die Traditionen, was sie gelehrt hatten, haben sie gefolgt. Statt das Wort des Herrn. Statt Joshua Maschia zu folgen. Und so sind diese ganzen Traditionen, verschiedene Sachen da entstanden. Du siehst also einen Christ. Er sagt, er ist ein Christ. Sobald du sagst, okay, ich bin Baptisten. Der andere sagt, also ich bin Methodist. Boom. Da gibt es also eine Mauer zwischen diesen Leuten. Blödlich eine Mauer. Die können keine Gemeinschaft mehr haben. Weil sie sich, die sind unterschiedlich. Die sind sofort gespaltet. Oh ja, oh nee, du bist also so. Bei uns sieht man die Sachen so. Bei euch sieht man das so. Aber ist das... Oh mein Gott. Oh Joshua. Paulus sagte sogar in Kapitel 2. Immer in 1. Korinther. Oh, Halleluja. In meinem 1. Korinther Kapitel 2. Er sagt, Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, Als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, liebe Geschwister, hört zu, hört zu. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Halleluja. Das ist das Einzige, was er dort wissen wollte. Er wollte nur von Joshua Maschia erfahren. Hatte diese Gemeinde Joshua Maschia als Mittelpunkt? Hatte diese Gemeinde Joshua Maschia nur als Herr? Statt alle diese Menschen, statt alle diese Pastoren, statt alle diese Propheten oder Bischöpfe oder Priester? Er wollte nur Joshua Maschia. Halleluja. Nicht anderes. Nicht. Sagt unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Aber du triffst jemanden, statt von Joshua zu reden, statt von seinem Wort, statt von ihm. Nein. Die Leute, wir bekämpfen uns einfach, weil wir das Wort des Herrn nicht mehr folgen. Wir suchen. Joshua Maschia sagt, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gibt. Und dann? Muss ich also für ein Seminar zahlen? Muss ich also für, wie sagt man das? Also ich gehe in eine Gemeinde, ich möchte dort also beten. Oh nein, Antrieb kostet 50 Euro. Ach, ich will also von Joshua erfahren. Lobpreislied muss ich zahlen. Jemand hat da so ein Lieder so vom Herrn bekommen und dann, äh, ich kann das nicht, ich darf das nicht singen? Oh, Wahnsinn, Joshua. Oh. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, hat Joshua Maschia gesagt. Der einzige Weg. Keine andere Wege. Nur Joshua. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Wir sollen anfangen, nur auf Joshua Maschia zu vertrauen. Es ist, äh, äh, oh mein Gott, ach, danke Herr, danke Herr. In, in Jeremia, Jeremia Kapitel 17, lesen wir mal also, was, was das Wort uns sagt. Jeremia Kapitel 17, oh, Jeremia Kapitel 17, Vers 5. Genau, Vers 5. So spricht der Herr. Verflut ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Wow. Verflut, das ist wie, wenn du dein, dein Vertrauen auf einen Menschen legst, du, du vertraust auf Menschen statt auf einen Herrn, es ist wie eine Flucht. Und, wenn Joshua, wenn Joshua sagt, ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg und wir finden Menschen als Wege, wir legen Menschen zwischen dem Herrn, unsere Konfessionen, wir vertrauen mehr auf unsere Konfessionen, unsere Gruppen, unsere Gemeinden, statt auf Joshua zu vertrauen. Ah, liebe Schwester, zurück zum Wort. Ah, und guck mal, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Ah, Halleluja, Halleluja. Und was haben wir gemacht? Wir haben also unser Vertrauen auf alle diese Menschen, alle diese Konfessionen, alle diese ganzen Traditionen, die uns also von dem Herrn entfernen. Vertrauen auf irgendwelche Experimente, was die Leute im Himmel oder in der Hölle experimentiert, gesehen haben. Alle diese Träume von Menschen, wir vertrauen auf diese Träume. Der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt, so muss man beten, der Herr hat gesagt, du guckst, es passt nicht mal mit, was in dem Wort steht. Jemand kam einmal und sagte, der Herr hat mir gezeigt, wenn du betest, es ist besser auf die Knie. Das heißt, es gibt das Gefühl, dass Joshua Maschia unsere Gebete mehr hört oder wie sagt man das, die Empfindlichkeit von dem Gebet ist besser oder ist stärker, wenn wir uns knien. Aber das ist nicht doch, was das Wort sagt. Was ist dann, wenn du verletzt bist? Was ist dann, wenn du dich nicht knien kannst? Ich ab und zu mal, wenn ich Basketball spiele, ich komme dann zurück, meine Knien tun weh. Und jetzt fängst du an dich, oh Herr, oh, wenn ich jetzt bete, stehen, der Herr wird mich also nicht voll, wird mich also hören. So ein Schmarrn, totaler Schmarrn, falsche Lehre. Dinge, die die Menschen einfach, wie sagt man das, Angst legen. Wenn du betest, du musst also deinen Rosenkranz nehmen und die tausendmal Maria, keine Ahnung, wie oft, wie oft, du kannst nicht mehr so vom freien Herzen beten. Wenn du betest, also musst du in diesem Kirchengebäude, dort, dort in diesem Kirchengebäude, wenn du dort betest, willst du den Herrn, den Herrn also wirklich bestimmt besser hören. Dort ist die Frequenz also viel, viel, viel stärker. Die Empfindlichkeit ist dort so anders. Aber was Joshua will, was er braucht, es ist dein Herz. Unser Herz, unser Leben. Er macht das sogar einfacher, er streckt seine Hand zu uns und sagt, komm zu mir, komm zu mir. Und wir Menschen, wir legen unser Vertrauen auf andere Menschen, die uns also mit irgendwelchen Träumen, irgendwelchen Weissagungen verführen, bringen uns in eine andere Richtung. Sind immer bereit zu sagen, oh, pass auf, der da ist also der Hexen, oh, pass auf, der da ist so, der da ist so. Und dann kannst du nicht mehr in der Freiheit leben. Und wenn man nicht aufpasst, genau diese Gurus, plötzlich werden sie auch ihre Konfessionen aufbauen. Und plötzlich haben sie so viele Leute und die folgen dem Kerl. Das ist verrückt, liebe Geschwister. Verrückt. Habt ihr mal gesehen, also diese Wohlstands-Prediger? Die geben das Gefühl, die geben den Menschen das Gefühl, wenn sie Geld, so viel Geld geben, dann wird Gott sie, wird diese Menschen segnen. Was tut Gott überhaupt mit dem Geld? Was? Was? Die Menschen brauchen das Geld. Joshua braucht kein Geld. Er ist so reich, er ist so mächtig, er hat die ganze Welt erschaffen. Er braucht kein Geld. Die Menschen brauchen das Geld. Wenn du die Bedürfnisse, die Leute, die Hilfe brauchen, wenn du sie hilfst, dann. Aber nicht, weil du Geld also zu irgendwelchen Pastoren gibst. Die fangen richtig an und dann plötzlich sind sie reich. Durch diese ganze Wohlstands-Predigt. Und so bauen sie ihre eigene Konfessionen, ihre eigenen Gruppen. Weißt du was? In unserer Gemeinde muss man sich also so kleiden. In unserer Gemeinde, wenn du reinkommst, du musst erstmal grüßen. In unserer Gemeinde, du musst also auf die Knie gehen. Ja, es ist richtig, die Leute zu grüßen. Das ist normal. Aber das ist also ein Gesetz wird in einer Gemeinde. Was ist dann, wenn die Leute so irgendwie beschäftigt sind und dann kommst du rein? Nein, du musst also dieses Kreuz anschauen, anfassen, Wasser nehmen auf den Kopf und und und. Und was ist das, diese ganze Tradition, die die Menschen verführen? Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, der einzige Weg. Joshua marschiert. Deswegen hat Paulus also diese Frage gestellt. Ist Christus zerteilt? Ist Christus gespaltet? Ist er? Nehmen wir die Bibel in Epheser. Oh, das ist... Oh, ja, 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 ja. Epheser Kapitel... Epheser Kapitel... Ähm... Epheser, Epheser. Oh, Halleluja, Joshua marschiert. Halleluja. Epheser Kapitel 4. Weil unser Herr spricht auch... Er sagt auch... Steht da... Genau, die Einheit des Geistes. Ha, ha, ha. Oh, Halleluja. Danke, Joshua marschiert für dein Wort. Danke. Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Vers 3. Halleluja. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Die Einheit des Geistes. Wir müssen also die Einheit des Geistes bewahren. Und da steht, ein Leib. Ein Leib. Ein Leib. Wie bei uns in Bayern sagt, ohane, ohane, ein Leib. Halleluja. Ein einziges Leib. Ein Leib. Ein Geist. Wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eure Berufung. Und da steht, ein Herr, Wani Herr, Wani, ein, ein Herr. Wie soll ich das schreien? Oh, mein Herr, oh, Joshua Maschir, ich fühle sein Gegenwart, Halleluja. Ein einziger Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Taufe. Ein Gott und Vater alle, über allen und durch alle und in euch allen. Wow, wow, ein einziger Herr, ein Glaube, eine Taufe. Oh, Joshua, Joshua Maschir, aber nein. Nein, ich bin für Paulus, nein, ich bin für Denda, ich bin für Mennonism, ich bin für Baptism, ich bin, nein, 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 ich bin für, wie sagt man das so, für Adventist, genau. Ich bin für Adventist, weil die da glauben an Schabbat, Schabbat, also Samstag. Also die, die nicht so an Schabbat glauben. Ach, Joshua Maschir. Die Pentekotisten, also die Pfingstgemeinden, die Pfingsten und die Mennoniten, die Calvinisten, die Lutherianen, die Katholiken, die Orthodoxen. Was gibt es noch, was gibt es noch? Und da und dort gibt es noch viele verschiedene Namen, viele verschiedene Namen. Und jeder kommt mit seinen Traditionen. Bei uns ist es so, bei uns ist es so, aha, bei uns ist es so, aha, bei uns ist es so, aha, bei uns ist es so. Ah, okay. Nächstes Mal also die, in der Offenbarung als Joshua, also diese Briefe an die Gemeinden. Alle diese Gemeinden, Joshua hatte etwas gegen viele von der Gemeinde. Aber Joshua ist der Herr, der Herr von all dieser Gemeinden. Die Gemeinde Laodissea, die Gemeinde Ephesus, die Gemeinde Soso. Keine Konfektion, keine Gruppen, keine bla bla bla. Hm? Oh, ich möchte jetzt also beenden. Herr Joshua Maschia. Wir sagen zurück zum Wort. Weil du, unser Herr und unser Elohim, unser Gott bist, Joshua Maschia. Wir vertrauen auf dich. Wir hören auf, auf Menschen zu vertrauen. Ja, wir können also Menschen für bestimmte Sachen, ja, aber es geht darum, es geht um die Rettung. Die Menschen können uns nicht retten. Du bist der Retter. Du bist der Heiler, Joshua Maschia. Herr, vergib uns, dass wir immer auf Menschen, immer an die Menschen denken, bevor wir zu dir kommen. Vergib uns, Joshua Maschia. Halleluja. Ich bin, ich bin am Ende von, von dieser, ähm, kurzen, von dieser Predigt. Ich wollte uns also alle ermutigen. Aber, äh, bevor ich das behende, ich möchte kurz also, äh, äh, lesen wir noch etwas als Ermutigung. Damit wir mal verstehen, wie, wie wichtig das ist, nur auf Joshua zu vertrauen. Ich kenne doch die Geschichte von dieser Frau, von der Dame, von dieser Frau in der Bibel, die, ähm, die hatte so eine Blutung, ähm, wie, 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 wie nennt man das? Das ist ja, keine Ahnung, äh, ich schuhe mal den Namen, äh, wo war das noch? Also, Joshua war, ähm, auf dem Weg zum, ähm, er war in der Synagoge und dann kam also ein, äh, ein Hältester und so. So, seine Tochter war krank und die Tochter ist sogar gestorben und Joshua, äh, der sagte ja, komm und, äh, hilf mir. Und Joshua sagte, okay, ich komme. Genau, das steht also im Vers, Vers 22. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus, genau. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Also wir sind in Markus, Kapitel 5, Vers 23 jetzt. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Also, ich will nicht die ganze Geschichte lesen, also von, von, von dieses, äh, von, von seiner Tochter da, was, was genau passiert. Aber diese Zwischen, dazwischen ist da so eine Geschichte, dazwischen ist was passiert. Joshua, Maschi hat sich das auf den Weg gemacht, also Vers 24. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach. Und sie bedrängten ihn. Und Vers 25. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss, genau, das ist der Begriff, was ich gesucht hatte, Blutfluss. Und sie hatte, lieber Geschwister, bitte, bitte, lesen wir mal Vers 26 zusammen. Nehmen wir ihm an, also diese, diese Geschichte mal an. Sie sagt, also, Vers 26 sagt sie, und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihre Gut aufgewendet. Ohne, dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Also, diese Frau hatte viele Ärzte, sie hat alles versucht, ihre ganze Geldgüte gegeben und so weiter, damit sie geheilt wird. Und die Situation ist sogar schlimmer geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Könnt ihr euch vorstellen, können wir uns mal vorstellen, diese Frau hatte die ganze Zeit nur Vertrauen auf Menschen gesetzt. Sie hat so viele Menschen gesucht, viele Gemeinden, viele Konfessionen, verschiedene Sachen, verschiedene Leute. Und sie hat sie gesagt, wenn du das tust, dann bist du geheilt, wenn du das tust, dann bist du geheilt. Sie hat so viel ihrer Güte gegeben und, 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 und. Die Frau war müde, müde, müde. Und dann hörte sie von Jesus. Sie hat von Joshua gehört. Und sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Lieber Geschwister, diese Frau hatte angefangen, ihre Vertrauen, Vertrauen auf Joshua zu setzen. Warum wollen wir uns, wollen wir diese ganze Konfektion, verschiedene Gruppen, verschiedene Sachen da vertrauen, statt auf Joshua zu vertrauen? Er strickt seine Hände und sagt, komm zu mir. Es gibt Krankheiten, die nur durch Joshua, Maschia gehen, geheilt werden. Natürlich haben wir Ärzte, natürlich machen sie was. Natürlich, ich sage nicht, also tu das nicht. Nein, versteht mich nicht falsch. Aber die Dame hatte so viel gesetzt auf Menschen, auf Menschen, bis sie Joshua, Maschia getroffen hatte. Joshua ist über alles. Joshua, Jesus Christus, ist der Herr. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Amen.